und willkommen zurück ihr lieben fire uns quest das ist und und um hat dummes zeugs gemacht und hatte ein einzigen job und er sollte das feuer nicht ausgehen lassen und das hat er gemacht er saß in seinem dorf hat eine aufgabe von seinem dorfältesten bekommen das ist natürlich nicht der sondern in dem anderen in der letzten folge und was hat er gemacht er ist eingeschlafen anstatt das feuer aufrecht zu erhalten ja jetzt sind wir hier und versuchen das feuer irgendwie wieder herzubekommen dafür müssen wir viele viele quests lösen und rätsel und jetzt sind wir hier und ich habe keine ahnung wer ist der hallo kein regen hier ist der stein und einmal ein teller ein gong okay ein gong und immer weiter voll die geschwindigkeit und mit seiner mega geschwindigkeit ich drücke mal wieder die space taste da können wir gucken wo was das kennt das kennen wir ja aus den aus ganz vielen smartphone games wo man über sauber machen muss oder so cool das ist ja cool wir können die 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 nacht wechseln ok was gab es noch hier ok ich glaube wenn ich jetzt nochmal schicken ok verstanden das geht nicht hier weiter hier wieder so ein regenstein ich gehe mal hier hin ein dinosaurier autifant sehr süß hier ist ja guck mal unser glühwürmchen aber hier ist eine filter maus drüber hält das fest weil auch das spiel guck mal ich wollte gerade selber auf der schwänze aber man kann dahin die geht außen rum ok ziehen wir auch so ein rüstel sie ein bisschen aus wie rabe socke mit der socke hier nix ok wie der hier aus dem boden raus guckt aber ich habe verstanden ok sekunde knapp knapp was mache ich mit der keule kann ich irgendjemand auf den kopf hauen die bewegen sich jetzt warum deswegen wie den trompeten gedudeln von dem kleinen mini elefanten passt passt nicht ne ich glaube hier kommt ja nicht vorbei ja 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 nein ich glaube nicht ich glaube wir schaffen das hier nicht keine ahnung was machen wir mit der keule dem auf den kopf hauen Und willst du dem auf den Kopf hauen? Was kann man denn noch? Ach, komm, da ist der Gong. Stimmt, ja. Nichts passiert. Machen die Wolken gerade eben schon mal hin? Was ist denn hier? Ah, hier ist ein Lichtchen aufgegangen. Ach, cool. Oh. Falsche Sternchen. Falsche Sternchen. Falsche Sternchen. Äh. Äh, sind doch alle. Ähm. Hm. Gibt es hier hinten noch Sterne? War die Wolke eben auch hier schon da? Ah, wir waren gar nicht bei Nacht hier gewesen, ne? Nee, nee, nee. Wir hatten ja nur hinten in diesem einen Abschnitt die Wolke, äh, den Tag geändert. Guck mal, hier, der schläft. Die Schäfchen zählt da. Das sind übrigens Dinosaurier-Schäfchen. Die hat ja so einen Zackenschwänzlein und irgendwas auf der Nase. Oh, mit dem Hammer bestimmt hier mit der Keule zum Aufwecken. Ah, klar. Eben hat er ja gesagt gehabt, äh, kein Regen, weil es tagsüber war. Jetzt haben wir aber eine Wolke am Tag, ähm, äh, an der Nacht, in der Nacht. Äh, dann quatschen wir den bestimmt mal an, oder? Und? Ups. 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 Vor allen Dingen lacht er und auch seine Haare lachen mit. Oh, die Wolke hat sich bewegt. Was kann ich jetzt machen? Stein? Ach, hier unten kann ich das anfassen. Okay. Ein Stab oder ein Speer? Ach, das ist der Stab. So was wie ein Zauberstab. Ah, okay, es macht Regen. Oh, jetzt ist sie hier. Und was bringt mir das jetzt? Ach, hier gibt es ja überall diese Steine, stimmt. Oh, guck mal, da unten drunter sind die Sterne. Yeah. Was bringt das? Okay, hier ist noch so einer. Äh, äh, ja. Aber der kommt hier nicht vorbei, ne? Okay. Ach, die bewegen sich jetzt? Und wenn ich die Nacht mache, wird die nicht stehen? Oh, das ist der wieder im Weg, ne? Yeah. Ich habe mir schon gedacht, dass da irgendwie jemand, dass da irgendwie was passiert, dass dann... So, und folgt mit dem. Mein Gott geht ja langsam. Alles gemütlich, alles gut. Was war mit dem eigentlich hier? Gehen wir zu dem hin. Äh, warum habe ich jetzt die Blume rausgeholt? Muss ich dem auf den Kopf schmeißen, aber was? Hier? Okay. Ah, und jetzt, vielleicht lasse ich, das ist eine Blume, oder so? Dann lasse ich das dem mal auf dem Kopf regnen. Vielleicht so? Uh, 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 uh. Ah, ich muss das nochmal machen. Der hat sich jetzt von der einen Position zur anderen Position bewegt. Okay. Guck mal, was passiert. Ups. Okay. Und nun? Äh. Der lacht den aus. Na ja, klar. Mensch. Unke. Mensch, unk. Wer ist das denn? Was, ist das das hier? Hm, können wir mal Tag machen wieder? Wow, ist das hell. Äh, voll die betrunkene Fledermaus. Was mache ich jetzt damit? Dem hier in die Nase stecken, oder was? Habe ich das dem jetzt gerade in die Nase gesteckt? Und was mache ich jetzt damit? Wieder ziehen? Und was bringt mir das? Oh. Okay, und jetzt? Hat sich aber nicht bewegt. Ach, hier ist übrigens noch so ein Regenstein. Vielleicht müssen wir hier was mit dem Regenstein machen? So, wo ist der Stab hier? Ach nee, wir können ja... Können wir eigentlich... Am Tag gibt es keine Regenwolken, ne? Nee. Vielleicht müssen wir hier jetzt einmal hier Tag... Äh, Nacht machen. Und dann gehen wir wieder zurück. Ah, jetzt haben wir hier eine Wolke. Okay, vielleicht müssen wir die auch so zweimal bewegen. Oder einmal bewegen. Und zweimal tanzen. Die hat sich nicht bewegt. Ist das hier? Ah, so, okay. Mit dem Rüssel haben wir die Wolke bewegt. Und jetzt, was soll das jetzt mal sein? Wir gehen nochmal den Regentanz machen. Jetzt ist ja irgendwie hier so ein Loch drin, ne? Oh, wir haben es geschafft. Okay. Okay, weiter geht's. Mit Unk. Äh, wir waren... Das war jetzt das erste... Das war das Dorf hier vorne. Da mussten wir hier vorne unser kleines Tutorial spielen. Hier waren wir bei dem Drachen. Hier waren wir beim... Regenmacher. Und komisches Tier. Und jetzt sind wir im Dschungel. Scheint so. Okay. Musik. Okay. Hallo? Na, kleiner Mann? Ha! Komm mal runter. Weg ist es. Hier ist wieder eine. Oh, hier sind mehr Augen. Oh, hier ist noch einer. Ach, guck mal. Das taucht nur ganz kurz auf. Ach, hier ist wieder was zum Dauermachen bestimmt. Ah, guck mal, hier ist noch... Okay, hier sind noch mehr Rädern hier jetzt. Was kann man bei dem machen? Macht der auch Musik? Hier. 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 Oh, guck mal, hier. Hier versteckt sich was. Eine Minze. Ach, die kommen hier mal hinterher. Okay. Oh, was ist mit dir denn los? Hier ist wieder einer mit den Augen. Guck mal hier. Okay, wir haben jetzt drei von den grünen. Ach, hier versteht sich wieder eine Münze. Okay, wir müssen hier... Wir müssen hier mal Münzen fangen. Äh, müssen nicht, aber können. Ach, guck mal, hier ist es doch. Vielleicht können wir es einfach so nehmen. Das denke ich mal nicht. Oh, habt ihr es gesehen? Komm. Okay, jetzt haben wir hier ganz viele. Kann man die gefüttern oder so? Hier? Nee. Den hier? Okay, der wird rot dadurch. Okay, was bringt das? Okay, und jetzt? Ich suche gerade noch irgendwo eine Münze irgendwo. Vielleicht ist noch eine Münze versteckt. Ich habe auch keine Ahnung, wo. Eins, zwei, drei. Nee, es sind drei Figuren, also drei Menschen. Menschen, Monster. Und das sind hier ja auch drei, stimmt. Oh, der macht ja Musik? Aber nur ganz kurz. Hä? Okay. Okay. Oh, der hat drei Stufen mit Musik. Äh, ja. Interessant. Und jetzt? Hm. Ach, ich kann die nicht. Ich vergesse, was ich... Oh! Nackig. Nackig. Nackig will er. Ah, hier ist noch einer. Hier sind noch zwei. Guck mal, hier haben wir hier unten noch... Oh Gott. Äh, wir haben hier noch ein paar Bärchen hier rumfliegen. Die gebe ich dem einmal. Und dann habe ich hier noch was. Und dann hier, dem hier noch. Und nun? Gibt es hier noch auch eine Medaille, die ich vergessen habe? Versteckte? Wo ist die Medaille? Nix mehr. Okay. Okay. Oh, was soll das denn? Okay, die machen das so. Jeder macht es aus seinen eigenen Rücken, ne? Okay. Was macht der hier? Äh. Gute Frage. Nächste Frage. Hat nicht irgendjemand eine... Ne, das habe ich nicht. Ne, das habe ich nicht gehört. Ne. Ist das richtig? Okay. Oh, okay. Okay. Und gut! Muss ich mit denen versuchen, den Song hier raus zuh? Voll schwer, irgendwie! Hört sich irgendwie alles gut an, ne? Hm, was könnte es sein? Ne, oder? Muss ich vielleicht mal zu dem gehen? Ja, das war's! Ja, das war's! Ja, das war's! Ich glaube, der ist richtig, wenn der hier auf dieser Stufe ist! Hört sich diesen Rhythmus, ist doch richtig! Ja, das war's! Null Ahnung, ne? Mal gucken! Das war's! Oh, hier! Hier! Das ist schon mal der Richtige! Zwei! Nimm mal wieder runter! Falsch! Das ist auch richtig! Das ist auch richtig! Das ist richtig! Eins und eins, also zwei, zwei! Okay! Das ist auch richtig! Drei! Also, okay! Zwei, zwei, drei! Ja! Jetzt fängt er auch an zu tanzen! Bringt das was? Gucken! Ja! 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 Brake! 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 Dance! Ups! Äh... 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 auch noch. Ich glaube, ich muss das Fleisch den Tieren geben, oder? Ah ja, okay. Oh mein Gott, jetzt muss ich können. Gucken wir mal. Warten wir, bis die Kleinen kommen. Die kleinen Läuse hier. Okay, okay. Nein. Das ist richtig? Ja. Ja. Nein. Nein. Das ist richtig, ne? Der Dancer, glaube ich. Ich glaube, das ist richtig. Ja. Ja. Vor Lachen geplatzt. Oh, sind die laut, ey. Sind die laut? Yes, hat geklappt. Sehr schön. Oh, jetzt sind die wieder so glücklich. Die Nerven. Also die Mucke ist zwar cool, aber ist irgendwie schon nervig, wenn das so laut ist immer, ne? Ich habe übrigens die Sound-Einstellung fast auf 2% stehen. So, mal gucken, was der will. Wow. Ja. Ja. Oh Gott, der ist einfach geschmolzen. Danke, Locker, Woffener oder sowas hießen die. So, aber jetzt Schuss. Okay, wir haben es geschafft. Jammm. Kommt doch hier bleiben, nicht da. Raus mit dir. Unk, Unk hat es geschafft. Yes, nächstes. Unkbocker 4. Und jetzt haben wir hier was freigeschaltet, das nächste. Ich sage erstmal, danke fürs zugucken ihr Lieben. War mal wieder lustig, war mal wieder spannend. Lustige Rätsel, finde ich ganz, ganz gut. War eigentlich gerade gar nicht so leicht mit dieser Musik. Aber ich glaube, wenn man es einmal raus hat, dann klappt das schon. Ihr Lieben. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Bis dann. Und tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.